Unsere bunten, reizoffenen Brains machen uns speziell anfällig für chronischen Stress. Die Gründe zu verstehen, kann da schon unglaublich erleichternd sein. Nach der ADHS-Diagnose bei mir wurde mir klar, dass meine Erschöpfung sehr, sehr viel mit chronischem Stress zu tun hat. Das wusste ich auch dank der Community und den vielen Informationen, die mir in den Feed gespült wurden oder die ich mir in meinem Hyperfokus reingeknallt hatte. Und es tut einfach so gut, sich damit nicht alleine zu fühlen. Da möchte ich heute mal einige der Gründe mit euch beleuchten und kurz darauf eingehen, was wir tun können, um das alles ein bisschen zu minimieren. In einem zweiten Video werde ich dann den Fokus mehr auf diese Strategien legen. Aber ich dachte mir, sonst wird einfach dieses Video viel zu lange. Vieles vom Fachwissen kommt aus dem Buch von Dr. Heiner Lachenmeier und ich kann es euch echt allen nur empfehlen. Was sind denn häufige Gründe für chronischen Stress bei uns ADHS und natürlich auch ADHS-Brains? Neben den Faktoren, die uns alle stressen, also zu viel Arbeit, Jobs mit sehr hoher emotionaler Belastung und einer toxischen Arbeitsatmosphäre, kommen bei uns bunten Brains noch spezifische Gründe dazu. Einen Hauptschuldigen sozusagen möchte ich vorausschicken. Denn für vieles, sehr vieles ist der fehlende Heizfilter da oben verantwortlich. Dass der fehlt, hat auch mindestens eine sehr positive Auswirkung. Dazu gleich mehr. Doch erstmal die Kehrseiten anschauen, die uns eben stressen. Kurzer Unterbruch des regulären Programms. Wenn dir das gefällt, was ich hier mache und dir das irgendwie weiterhilft, dann schenk mir doch unbedingt ein Abo, falls du noch nicht hast. Damit unterstützt du mich enorm und es macht doch einfach viel mehr Spass mit mehr Leuten. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und zurück zum Video. Grund Nummer 1. Ungebremstes Denken. Unsere bunten Brains priorisieren Informationen nicht so wie neurotypische. Also halt eben fast gar nicht. Und das kann uns sehr anfällig machen für Negativspiralen und Ängste. Und diese ewigen inneren negativen Monologe, Gedanken und Emotionen können uns enorm viel Energie kosten. Mit der ADHS-Medikation wurde das bei mir viel besser. Und damit hat sich bei mir auch geklärt, woher die scheinbare Angststörung kam. Aber natürlich bin ich nicht ganz davor gefeit. Übrigens, und das fand ich noch spannend zu sehen, können auch zu viele positive Emotionen und Gedanken Stress auslösen. Fand ich sehr interessant und trifft auf mich definitiv zu. Wie ist es bei dir? Grund Nummer 2. Too much information. Durch diese Reizoffenheit werden wir mit Daten und Gedanken geflutet, die uns erst einmal mega zusammenhangslos erscheinen können. Und das kann bei uns eine sehr grosse Unsicherheit auslösen, weil wir ja so noch gar keine richtigen Schlüsse ziehen können aus den Informationen, die wir haben. Und wir sehen das Gesamtbild nicht. Und dann haben wir oft unberechtigterweise das Gefühl, irgendwie nichts zu kapieren. Und das ist im Arbeitskontext natürlich besonders belastend, weil wir so tendenziell uns zu wenig zutrauen und Angst haben, Entscheidungen zu treffen und somit auch Mühe haben, überzeugend aufzutreten. Lachenmayr nennt das Nebelangst. Und das finde ich persönlich unglaublich treffend. Ich sehe mich schon vor meinem geistigen Auge, wie ich jeweils durch diesen Nebel tappe, während andere gefühlt ein Navi haben. Und in diesem Zustand ist es natürlich super schwierig, sich abzugrenzen, Nein zu sagen und die eigenen Verantwortungsbereiche im Blick zu behalten, weil für uns alles gleichwertig und gleichwichtig erscheint in diesem Moment. Und jetzt, wie versprochen, das Positive. Sobald wir das alles etwas verarbeitet haben, was von aussen leider manchmal als langsam wahrgenommen wird oder als nicht schnell genug, dabei sind es ja einfach unglaublich viel mehr Daten, die wir verarbeiten müssen, wissen wir dann oft viel mehr zu einem Thema als andere und überholen andere dann mit unserer sehr detaillierten Expertise. Denn das Gesamtbild ist natürlich so viel detaillierter aufgebaut als bei anderen. Grund Nummer drei. Unbewusste negative Coping-Strategien. Also, wie wir unbewusst auf Belastungen reagieren. Manche von uns entwickeln einen komplett überrissenen Perfektionismus. Ja, hallo, das bin ich. Oder sie unterfordern sich, weil sie sich nichts zutrauen. Oder gewisse Menschen überkompensieren, indem sie alles immer hundertmal kontrollieren, andere blockieren komplett oder machen viel zu viel. Das ist aber ein Thema für ein eigenes Video. Also, wenn euch das interessiert, kann ich das gerne nachreichen. Grund Nummer vier. Sensorische soziale Herausforderungen. Das ist so nicht in seinem Buch drin, aber ich persönlich finde das so wichtig. Viele von uns können nämlich nichts mit diesen politischen, versteckten Spielchen anfangen, die teilweise in Unternehmen abgehen. Oder wir sind uns dessen gar nicht bewusst und werden dann irgendwie ausgenutzt. Aber stressen tut uns das trotzdem, denn wir sind deswegen oft in einem Nachteil und das kann auch zu vielen Konflikten führen. Was auch zu Konflikten führen kann, ist, wenn wir unbewusst bei anderen mal ins Wort fallen oder eben sehr unverblümte und direkte Aussagen machen. Und dann gibt es noch Geschichten wie zu viel Ablenkung, Lärm, Unterbrüche, die uns enorm stressen können. Hi. Das ist die Simmias im Schnittstudio. Und zwar habe ich noch etwas ganz Wichtiges vergessen zu sagen. Grund Nummer fünf für mich, für chronischen Stress bei uns bunten Brains, ist auch das Masking. Dieses Verstellen, den ganzen Tag lang uns der Kommunikation anzupassen, der neurotypischen uns irgendwie auch zusammenzureißen, wenn es um körperliches Movement geht und so. Und das kann ja bei sehr vielen Leuten auch Meltdowns auslösen am Abend, weil man sich so zusammenreißen musste. Natürlich total unbewusst. Und ja, fand ich einfach ein ganz wichtiges Thema. Zurück zum Video. Wie können wir also mit dem chronischen Stress umgehen? Nebst dem, dass wir mit diesem Wissen jetzt anders mit uns umgehen können in der Zukunft, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Notwendigkeit zum ständigen Nachdenken reduzieren. Heisst, dass wir das Denken auslagern. Und das funktioniert, indem wir zum Beispiel auch feste Abläufe kreieren im Alltag und Systeme bauen, die uns unser Leben erleichtern. Und zwar, indem wir mit unserem Brain arbeiten, statt dagegen. Also eben nicht, indem wir uns noch mehr anstrengen, weil das hilft dem chronischen Stress definitiv nicht. Und auch ganz wichtig finde ich, dass wir eben die positiven Seiten dieser Reizoffenheit im Kopf behalten, dass wir unglaubliche Expertinnen werden können und auch fast schneller lernen am Schluss, wenn wir diesen Nebel im Brain erst einmal zulassen und akzeptieren und darauf vertrauen, dass sich das Bild zusammensetzen wird. Und wenn wir diesen Umstand anderen kommunizieren können, umso besser. Und natürlich müssen wir lernen, das sage ich immer wieder, auf unsere Bedürfnisse und Grenzen zu achten und für diese einzustehen. Für mich war dieser Teil chronischer Stress bei ADHS in diesem Buch so ein Aha-Erlebnis. Denn ich habe das echt alles eins zu eins so erlebt teilweise, immer wieder. Und zu erkennen, dass ich nicht kaputt bin, sondern dass das einfach mein Punkt des Brain ist, hat mir ganz viel Aufwind gegeben auf dem Weg zur Selbstakzeptanz. Und das kann einer mir auch schon einen gewissen Level an Stress nehmen. Und ich hoffe, dass es dir auch so ergehen wird. Wo hast du dich speziell wiedererkannt und worauf möchtest du vielleicht künftig ein bisschen mehr achten? Lass es mich unbedingt wissen in den Kommentaren. Und wenn du mehr Impulse möchtest, dann abonniere doch gerne meine Newsletter. Folge mir auch auf Social Media, auch wenn das ein bisschen tot ist im Moment. Und schau dir auch mein Angebot auf meiner Webseite an. Du findest alles unten in der Beschreibung. Und wenn du noch mehr zu dem Thema schauen möchtest, habe ich hier noch ein, zwei Videos für dich. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen und bis bald. Tschüss!